Spitzwasserball Bundesliga auf allerhöchstem Niveau. Das Prestigeduell des Tabellenführers Wasserfreunde Spandau 04 gegen den Tabellenzweiten Waspo 98 Hannover läuft eindeutig. Die Vorbereitung der beiden Teams im Trainingscamp in Berlin zusammen mit Italiens Auswahl hat sich gelohnt. Für Hannover ein bisschen mehr. Immer wieder versuchen die Wasserfreunde aus Spandau anzugreifen. Die erfolgreichste Ballsportmannschaft Europas zeigt sich zu Beginn noch kämpferisch. Wir wollten selbstbewusst auftreten als Team. Das ist uns schreckenweise nicht mehr so gut gelungen. Erstes Viertel war noch ganz gut mit dem 2-1 oder 2-2, wie es da stand. Danach sind wir eingebrochen, haben nicht mehr so gut harmoniert. Schon im zweiten Viertel liegt Waspo in Führung und lässt auch nicht mehr locker ab. Hannover setzt vor allem auf sein Star-Duo aus Montenegro mit Alexandra Radovic und Draco Brugulian. Der Spandauer Trainer Pitako Vacevic appelliert an seine Spieler, aber auch das hilft nichts. Auf einmal gingen die Schüsse nicht rein und wir sind nur noch hinter Waspo hergeschwommen. Wir konnten nicht unser Spiel spielen, wie wir es haben wollten und haben nach deren Regeln gespielt. Im Training müssen wir jetzt daran arbeiten. Enttäuschend für die Wasserfreunde, aber Hannover wirft ein Tor nach dem anderen. Immer wieder muss Spandau's Keeper hinter sich greifen. Lange Gesichter bei den Fans, so etwas ist man im Berliner Wasserball nicht gewohnt. In der zweiten Hälfte muss sich dringend etwas ändern. Wir haben halt taktisch nochmal etwas verändert, weil wir gesehen haben, in der zweiten Halbzeit lieb es auch nicht mehr so gut. Wie gesagt, ich würde es jetzt nicht auch auf die Taktik schieben, sondern es war hauptsächlich einfach, die Harmonie hat gefehlt. Sollte heute nicht sein. Die waren unterm Strich heute besser und daher ist das Ergebnis verdient für Waspo Hannover und wir müssen uns heute geschlagen geben. Auch wenn das letzte Viertel noch einmal ausgeglichen ist, die Fans und Spieler aus Spandau müssen heute mit trüben Gesichtern nach Hause gehen. Am Ende 7 zu 11 für Waspo 98 Hannover. Klar, wir werden es verarbeiten, die Videoanalyse und alles werden wir sicherlich tun und nochmal durchgucken, wo waren unsere individuellen Fehler, bevor hat das Team nicht so getarmoniert. Und dann ist es nach vorne schauen. Champions League erwartet uns.